25 Grad draußen, die Sonne scheint und der Schweiß tropft uns von der Stirn und wir hocken natürlich bei uns daheim und zocken Minecraft und damit begrüße ich euch einfach mal ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme Minigames hier auf dem Hive. Wir spielen Blockparty und mit dabei ist die Prozent Kassi Scheiße wie Kassi Kassi Mann ich mache so im Falle Hallo es geht ein Prozent glaube ich gleich los und ich glaube das Spiel kennt jeder wer zumindest schon auf dem Party selber war das ist ja glaubt geklaut von denen irgendwie habe ich das auch mal gesehen dass man das so auswählen kann das ist die Musik, ja die kannst du auswählen Null! Wieso bin ich der? Was? W-Warum? Ich hab mich kein Tenimeter bewegt! Warst du nicht auf gelb oder? Natürlich! Okay ich krieg mir nicht auf die Nummer Tipps, weil ich weiß Ja Jump'n'Run haha So und zwar habe ich mir überlegt gibt dir ein schönes Thema und zwar der frühe Sommer ich weiß ja nicht ob es bei euch auch so ist aber bei uns ist jetzt unglaublich warm Und geht's Morgen wird's warm Morgen wird's warm Aber wie findest du eigentlich dass es jetzt so früh schon warm wird? Ich find's besser irgendwie wir hatten fast keinen Winters Zumindest nicht so viel geschneit Ähm Ich brauch kein Schnee und ich hab ich mag lieber die Wärme ich will nicht wissen wie es dann wird im Sommer wird entweder wird es total heiß oder es wird arschkalt also Also wenn ich ehrlich bin bei uns hat es dieses Jahr 0 Millimeter Schnee gehabt Bei uns war's wohl komisch das war irgendwie Mitte März Okay Da hat's auf einmal Das war ein schlimmes Wetter gehabt In einer halben Stunde hat's gehagelt, gedonnert, geschneit, geregnet und alles irgendwie durcheinander Und am nächsten Tag dann in der Früh wollte ich zur Schule Scheiße Wo ich zur Schule gegangen wäre, wollte So irgendwie kein Plan Ähm waren so fette Körner auf dem Boden da konnte man fast gar nicht drüber laufen das war schon krass Okay Oh Ah hier hallo Oh ich bin weg So Ähm Maria lass mich mal gucken Die zwei 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 Bist du drin? Ja Okay Ich fresse nebenbei Schokolade Ja ja Macht nichts Warte wo bist'n du? Ich steh grad am Spot Moment Ah Ach da Ja Und was hier natürlich aussieht Wir sind alle Villager und zwar nehmen wir am ersten April auf Mhm Ich glaub das lade ich auch gleich heute noch hoch Also wir nehmen direkt hier vor was ich zehn Minuten haben wir aufgenommen Jetzt hab ich bloß vergessen wann wir auf wenn ich angefangen haben aufzunehmen Mhm Und ich hab ja mitbekommen dass du das ziemlich oft spielst Mhm Wie viele Punkte hast du? Schreib mal was im Chat Moment ich hab den ausgemacht weil ich mich sonst nervt Moment Einfach keine Ahnung irgendeinen Buchstaben Mhm Mach mal ein Lieblingssmiley Yay 169 Ich hab 16 Ich hab 16 Ich hab 16 Ich hab 16 Es gibt schon welche mit über 10.000 das sind dann die Araver Wann die Stars sind das? Du bist richtig krass Du bist Party Animal Ja Es gibt warte es gibt der also von unten nach oben ist Dancer Party Animal Ähm Ich glaub dann Rave Nein dann Entweder Rave oder Freestyler Und dann kommt Star Okay Jetzt kann ich hier ein Lied auswählen Ja da votest du für einen Moment Voting is not activated now Aber das höre ich dann oder was? Nein dann muss das hinter eine Seite im Hintergrund aufmachen damit das geht Also So weggefahren Oh 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 Am Anfang hat man ja Gott sei Dank noch ganz viel Zeit Oh Gott Ich hab ganz viele kleine Felder Verwältig das hier Weiß was ich gemerkt hab durch die Serverlegs kannst du diesen Block hin platzieren und dann kannst du gucken ob der passt Einfach? Ja Lol Das geht da kannst du gucken ob die Farbe Ob die Farbe passt Wo bin ich? Nein Nein In der Mitte Scheiße Grün Lauf doch Oh Gott meine Tachatur hat grad nicht funktioniert Kann man da eigentlich zugucken als hat man da ähm creative Mode oder? Hey du siehst du du wenn du raus wenn du stört Ja du bist am Rand und dann kannst du die Arena gucken Okay Siehst du mich? Hey wo bist du? Hast du noch ein Spiel? Hey ich bin bei Wäiting Ja ja ich bin Oho Ja ich stehe nicht Rinden gab so irgendwo Das war hinten richtig Da rün Hallo 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 Blut 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 Okay Das ist echtes ist so ein Bug Du kannst den Block platzieren dann kannst du gucken bei grad grad wenn zu zwei Grün sind kannst du gucken ob das passt wenn ich nicht halte immer daneben wenn ich in der Hand habe und so dann ja okay dann zieht es auch mit dem platzieren das ist halt dann komplett so was haben jetzt jetzt kommt Red ist es da das ist okay es kann nur so weit er hatte ich bei mir soll oh Gott sieht bei mir ziemlich aus wie Orange hast du Texteffekt drin? welches? das Fax? ich auch jawohl ich hab gewonnen Loll jawoll hatte Loll warte wie flab ich jetzt okay ich hab ein G geschrieben ähm äh was ist denn grad frei? 7 die 7 schau ich schreib mal was okay aber ich muss mal ganz kurz gucken ähm ah ja okay also eine Runde machen wir noch es fühlt sich ja ziemlich schnell ich weiß an dem ersten Abend wo es rauskam da hast du hier nicht drauf joinen können wirklich er sagt? nein wo das rauskam da war jeder Server voll neuer Server ist wie gestartet was war pfff zack 20 Leute waren drauf survival games survival games like halt ja das ist halt genauso und dann wollte ich ich will ja sonst immer hier survival games spielen und das ist ja immer komplett voll also da kommst du ja nicht rein also so gut wie ja ja so gut eigentlich nie das wer ist das auch so laut eigentlich nicht aber wenn du naja dann müsste man sich premium kaufen das wäre der besten aber ich kaufe mir nicht ein ähm warte ein lebenslanger Premium Account kostet 100 Euro alter das ist nicht übertrieben ja schon vor allem aber dann war das lustige dann wo dann Block Party rauskommt wie viel Server gibt es denn hier ich glaube ja 100 oder so keine Ahnung super da war die Hälfte von Survival Games richtig leer das war richtig lustig weil sonst spielen ja alle Survival Games alle gehen in Survival Games und alle gehen zu Block Party weil die wollen ist ja klar ein neues Spiel und ich glaube sogar in dem Abend hatte Hive mehr User wie Mindplex das war aber glaube der einzigste Abend ich habe eigentlich gar nicht so mitbekommen dass sie ein neues Spiel hat und ich habe halt sie das Place geguckt das mir nur so ok was spielen die da und plötzlich sagt anders so ja blablabla hi-fing so was die neue Spiel und ich muss drauf nehmen so auch geil und ich weiß nicht zockst du jetzt schon die ganze Zeit oder hast du jetzt mal Minecraft Pause gemacht zwischendurch Leute brechen Schokolade wie Pause also aufgehört mit Socken und ich glaube ich bin Nein M sei sie ich bin auf dem falschen Grün ja wo bist du denn dass wir zusammen Achter als bist du gegangen deshalb würde ich denn mal sagen was ist hier für die eine Runde wir hängen einfach wir hängen einfach noch eine Aufnahme hinten dran und ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier bei diesem klasse Wetter echt geht raus nicht so wie mir und ja bis zum nächsten Mal einfach tschüss bis zum